Guten Tag meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen gleich vor, das 2. Régiment étranger das 2. Fremden-Pionierregiment der Légion étranger. Bleiben Sie nach dem Intro harter Mann, es lohnt sich. Bis gleich. Guten Tag meine Damen und Herren, es geht jetzt weiter mit den Régimentern der Légion étranger. Ich habe Ihnen bereits das Premier Régiment étranger des Genies vorgestellt und heute bin ich es mir schuldig, Ihnen das Bruderregiment, das 2. Régiment étranger des Genies, zu präsentieren. Es ist, wie bereits gesagt, wurde im Jahr 1998 in den Mauern des Cachet d'Anjou beim 4. R. Ö, dem Ausbildungsregiment, eine Kompanie des zukünftigen Desimrege auf die Beine gestellt, das war die Kompanie St. Christol. Diese wurde ein Jahr später, nämlich Ende Frühjahr 1999, nach Djibouti geschickt, um dort die ersten Einsätze zu erfahren. Und währenddessen wurde in Castronodari, im 4. R. Ö, die 2. Kompanie auf die Beine gestellt, kreiert. Die beiden Regimenter, insbesondere das Desimrege, sind Erbe von insgesamt 18 Pioniereinheiten der Fremdenlegion, die allesamt im Indochina-Krieg in Einsatz waren. Es handelt sich beim Desimrege insbesondere um Sturmpioniere. Es sind, mit anderen Worten, Gebirgsjäger, einsetzbar als reine Gebirgsjäger, doch spezialisiert in bestimmten Domänen. Sturmpioniere haben den Auftrag, die Bewegungen des Feindes unmöglich zu machen und die Bewegungen und die Mobilität der eigenen Truppen zu ermöglichen und zu favorisieren. Insbesondere sind es natürlich direkte kampfunterstützende Kompanien. Das heißt, sie sind unter anderem hier, um Bunker zu bauen, Bunker zu sprengen, um schnelle, für den schnellen Bau von Brücken, übersetzen über Flüsse per Brückenlegepanzer. Wir sehen schon, hier kommt schweres Material zum Einsatz. Ziehen von Panzergräben, errichten von Panzergräben, von Sperren aller Art, um eben den Feind in seiner Beweglichkeit einzuschränken. Maximal, die Zugehörigkeit des Dösem Regime étranger des Genies liegt bei der 27. Infanterie Brigade des Gebirges oder BIM, Brigade Infanterie de Montagne. Wir sehen schon, dass hier der General der Fremdenlegion keinen Einfluss auf den taktischen Einsatz dieser Truppe hat. Gegründet wurde das Dokument, wie gesagt, 1999 und es hat seine Garnison in Saint-Christol, im tiefsten Süden von Frankreich, im Plateau d'Albion. Wir haben eine typische Organisation, einmal von der Stärke her gesehen ungefähr 985 Mann. Wir haben eine Kompanie, Commandement de Logistique, das ist eine reine Stabs- und Versorgungskompanie. Wir haben vier Kampfkompanien, die eben in den Domänen, die ich soweit angesprochen habe, tätig sind. Wir haben eine Kompanie d'Apuix, eine schwere Kompanie, auf die ich kurz nachher noch gerne eingehe. Wir haben eine Kompanie administrative de soutien, Administration und Unterstützung, Logistik. Und natürlich, wie fast in jeder Kompanie der Legion inzwischen, eine Reservekompanie. Die schwere Kompanie hat mehrere Züge, von denen jeder spezialisiert ist. Wir haben einmal den Zug OFT, das ist Organisation du Terrain et Franchissement. Aufbereiten des Geländes, der Geländeabschnitte, überbrücken von Flüssen oder überqueren von Flüssen mit Brücke-Legepanzer. Wir haben eine Section Aide au Déploiement, das heißt ein Zug, der es den Truppen möglich macht, fließend in den Einsatz zu gelangen. Dies zwischen dem Verfügungsraum und der Linie, an der der Angriff eingeleitet wird. Wir haben eine SAEM, Section Aide à l'Engagement de Montagne. Das gleiche wie der Zug vorher, nur dass es eben in dem rüden Klima des Gebirges stattfindet. Wir haben eine SRIO, ich werde später noch darauf eingehen. Und eine SEOD, das ist ein Element operationell, der Deminage. Das heißt, beseitigen, aufspüren und beseitigen von Explosivstoffen, Inflessronde, von Minen. Nun zur famosen SRIO, das ist ein Zug, Reconnaissance, Intervention, Offensive, Aufklärung, Intervention, Offensive. Das sind mobile Einheiten. Und diese mobile Einheiten bestehen zu einem aus den Kampfschwimmern, den Plangeurs des Combats de Genie und aus den Gruppen GCM genannt, Gruppe Commando de Montagne. Und die Auswahlverfahren, um in diese beiden Elemente zu kommen, sind sehr hart. Man muss mindestens korporal sein, man muss mindestens eine gewisse Anzahl von Jahren Dienst getan haben, mehrere Sprachen sprechen, körperlich topfit sein, intelligent sein. Es findet hier wieder ein Auswahlverfahren statt, ein Test, psychologischer Test. Nur die besten werden genommen, werden zehn gebraucht und man hat keinen Kandidaten, der die Bedingungen erfüllt. Und dann wird keiner genommen. Das macht die professionelle Professionalität dieses Regimentes aus. Trotz seiner jungen Jahre, 1999 gegründet, war das Regiment schon oft im Einsatz. In Kosovo, im KV, in Bosnien, im Rahmen der SV, in der Elfenbeinküste, Operation Likorn, in Mali, Operation Serval Barkan, in der Zentralafrikanischen Republik, Operation Sangaris, im Libanon. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick geben über dieses valoröse Regiment, das Tösem Regiment Etrangère de Genie. Und ich lade Sie ein, wenn es in ein paar Tagen heißt, Thomas Gast stellt das nächste Regiment der Likon Etrangère vor. Danke für Ihre Ausdauer, mir zuzuhören. Bis demnächst, Ihr Thomas Gast. Vielen Dank.